Ist, äh, hier, Bill ist doch eigentlich ein Lizenzierter, oder? Hm, ja, eigentlich schon. Also kann der das Grünchen gar nicht mitnehmen. Left 4 Dead, meine ich. Genau. Ja. Wir haben den Geist und er hat mich gefunden. Ach, komm schon. Wir sind bei diesem kleinen Haus im Keller. Oh, da ist die Tür zu. Oh, Mama. Oh, das ist kein guter DBD-Tag heute für mich, spür das schon. Einfach nicht niederreißen lassen, dann wird das schon. Äh, naja, wenigstens die pippe ich so. Komme ich von den roten Rängen weiter weg, das ist gar nicht so verkehrt. Ich hatte auch schon zwei Runden, wo die, die Randoms wieder disconnected sind. Ah, die farmt mich auch noch ab. Ich krieg die Krise. Die spürt es. Die hat einen schlechten Tag, die farm ich jetzt. Ja, aber so wie es aussieht, ist der Geist nicht hinter mir hier. Nee, hinter der Meck. Sehr gut. Man tunnelt er wenigstens schon mal nicht. Bei der Schule. Hat er noch wen gefunden? Hm, geht so aus, ne? Ja, auch in der Schule wahrscheinlich. Lose yourself. Okay. Upsi. Jetzt hab ich nen Skillcheck verpatzt. Mein Generator ist bei 60%. Ah, okay, du wurdest geheilt. Oder hast dich geheilt. Naja, ich hab mich geheilt. Jetzt sind wir noch in der Schule. Der Geist hat noch nicht mitgekriegt, dass schulfrei ist. Schulfrei? Ja. Achso, weil die noch in der Schule sind. Ja. Ich glaub, der hat nen Keller gefunden. So. Ich schleiche mal in die Richtung. So, wo hat er die Meck jetzt gesehen? Ah, ist immer noch in der Schule. Ich schleiche, ich schleiche, ich schleiche. Hi. Hallo. Alter Mann. Hab leider nur Sprint Burst bei denen deswegen. Ja. Ich mach die Meck da. Weglaufen. Die ist wahrscheinlich noch unten in der Schule und der Jagd ist hier wahrscheinlich. Denk ich mal. Da ist er. Hallo. Oh. Hi. Oh, der hat mich noch gekriegt, obwohl es Grint Burst. Ich versuche mal, den Jen fertig zu kriegen hier. Baller da. Ich glaube, er verlässt mich. Oh ja. Er ist wieder bei mir. Oh no. Geh weg. Kann sein, dass er die Generatoren da beschützt, weil in der Schule wahrscheinlich auch noch 1, 2 sind. Ich geh mal gucken. Oh. Er ist beim Generator und kickt ihn von mir hinterher. Oh. Ich bin jetzt wieder bei der Shack. Und heim. Oh no. Oh, ich bin auch bei der Shack. Gerade. Ja, ich bin gerade weggekrabbelnd hier. Oh. Hallo Fenster. Okay, merke ich mir, du gehst durch Fenster. Oh. Du blöde Meck, ey. Das gibt es nicht. Jetzt blockt die blöde Kuh mich auch noch. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oh, es hat ihn geblendet. Ja, zu früh. Hätte mal warten sollen. Oh, das gibt's nicht, ey. Oh, ganz ruhig. Alles ist gut. Das ist nur ein Spiel. Wickelst du auch? Äh, ja, tue ich. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Jetzt. Ja. Dankeschön. Ja, siehst du, alle haben dich lieb. Oh. Na, ich glaube, das hat die nämlich nicht mit Absicht gemacht. Das war einfach an Lucky. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist natürlich blöd, erst mal so. Wenn du in dem Moment, ne, wenn das dich, äh, zu Fall bringt, so quasi. Aber du hast gemerkt, das hat dir leid getan, also. Ja, schon. Sie ist halt nicht weggegangen, ne, also. Flunk. Na, jetzt hängt sie aber auch das zweite Mal dafür, ne? Naje. Bist du da in der Nähe, oder? Ich bin bei unserem Generator. Okay. Ich könnte sie abhängen, aber ich bin verletzt, deswegen. Ja, wir haben uns hier grad geheilt, dann gehen wir da jetzt hin. Ich bin zwar gleich nebenan, aber ich trau mich nicht, weil ich den Geist nicht weggehen sehen darf. Ja, der ist bei mir hier. Okay. Dann geh ich sie mal holen. Na, ich lauf schon. Ich hab, ich hab, ich hab, ich bin... Ah, der Geist ist hier. Ich nehm sie jetzt mit P.T. Okay. Ja, hast du sehr schön gemacht, Geist. Er will sie. Er will sie um jeden Preis. Jetzt ist er bei mir. Hängt mal ein Hit für sie. Ne, der ist noch bei uns. Echt? Ich sag, dass es wieder zu mir kommt. Ja, er will sie. Dann mach ich den Generator hier weiter. Tritt. 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 In dem völlig egal. Ah, die macht das gut. Wo bist du denn? Äh, wir gehen jetzt gerade Richtung Schule. Ja, da bin ich auch. Äh, an der Seite ist so ein Generator. Außenrum. Und ein bisschen... Der geht nicht von ihr weg. Okay. Ich denke, was Beste ist, Generatoren zu machen. Ja, ich glaub auch. Ist der unten in der Schule schon fertig, oder? Das weiß ich nicht. Ich bin außenrum, weil ich nicht wusste, wie viele Paletten noch in der Schule sind. Ich denke mal, jetzt lässt er. Ich glaub, hier ist gar keiner. Ist der letzte von ihr ab, oder? Ne, ne. Ist noch bei ihr. Okay. Also, außerhalb des Zauns bei der Schule ist eben auch noch ein Generator. Hm. Wenn du auf die Schule guckst, links. Ah, ich geh jetzt wieder hoch, ja? Ich mach eben das Totem hier weg, dann. Ich bin auch schon bei 80 Prozent. Ich bin dann im Ausgang, theoretisch. Ja, ich bin gleich fertig. Soll ich stehen bleiben? Ja. So, gleich, jetzt. Ist hinter der Schule quasi der Ausgang? Ja. Also, da, wo du auch den Jennen... Ich beobachte dich. Oh, ein junges Fräulein. Yummy. Mit knackigem Hintern. Komm so mal her, alter Mann. Ich betatsche sie. Uh. Das gefällt mir. Ja. So, jetzt müssen wir nur die Maggie da finden und die noch. Ja, ich hab den Herzschlag... Ah. Mist. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja, nice. Die echt noch rausgekommen, ey. Ja, die hat es echt nicht schlecht gemacht. Also, die hat den Killer gut beschäftigt. Ich wollte die ganze Zeit einen Schlag irgendwie tanken so, aber war gar nicht nötig. Also, die hat den echt gut, äh... Oh, er hat den Mori. Na, lol, okay. Jetzt... Bisschen toxic, ne? Easy Noob. Mhm. Ja, leider. Ja, das verstehe ich immer nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich auch nicht so schön. Ob das wirklich sein muss. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ja. Guck mal, irgendwie ist mir der Killer gerade sympathischer als sie. Wenn ich das lese. Bist du noch drin, oder bist du schon raus? Ich bin noch drin. Ach nee, okay. Und ich hab mein super schlechtes Englisch da reingeschrieben. Ja. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Alter, ist die toxic. Holy Moly. Ja, das ist schon wieder... Also, ich fand's cool, dass sie jetzt entkommen ist, aber dass sie das so schreibt, das... Ja. Unhappy. Aus hier, das ist mir zu toxisch. No. David. Sei nicht so laut, ich hör nix. Jetzt muss ich kurz von meinem Generator... Ich muss ein bisschen ängstlicher spielen, in der Mitte. Ach, du weißt, dass du verwundet bist, ne? Genau. Mhm. Und die hat gerade neben mir hier die Nurse ein bisschen... Die braucht jetzt hier die Paletten und alles. Oh shit, sie hat mich gesehen. Hä? Oder auch nicht. Okay, ich geh zurück. Was macht das dann im Endeffekt? Du kannst dich dann einmal um den Status heilen, oder? Immer. Wenn sie mich liegen lässt, ja. Aber das machen die Killer selten. Ja. Wenn sie wissen, dass du das hast. Boah, ist nicht überladen. Komm mal her, Fang. Ich graul dir mal einen buschenden Rücken. Sie kommt zu mir. Ich will nicht. Geh weg. Eventuell ist sie hinter mir. Also gerade macht sie meinen Generator. Nee, sie ist doch nicht bei mir. Aber bei meinem Generator geistet sie die ganze Zeit rum. Da läuft ein Elf übers Hausdach. Aber das Outfit 5 weit ist so lustig. Hm. Sehe ich ja nicht so gut. Ich muss hier hin. Aber er ist ein bisschen früh dran, ne? Ja. Ich meine, es dauert noch ein halbes Jährchen. Oder zu spät. Vom letzten Winter noch. Oder nee, warte mal, gar nicht, ne? Gar nicht mal mehr ein halbes Jahr. Fünfeinhalb Monate sind es jetzt, ne? Geh weg, Nurse. Okay. Ich hab nicht gehört. Danke. Sie kommt zu. Können sie haben. Ich will aber nicht, weil der Jen gerade fertig war. Der zweite hat jetzt einen Schlag gekriegt. Ja. Geh doch mal weg vom Jen hier, du Eierkopf. Du bist brav. Bring die Alte schön weg. Ohoho. Gott dammit. Sie hat dieses Perk, wo der Skillcheck so ganz, ganz klein ist, nachdem sie einen Jen getreten hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ja, ich glaube, überladen heißt er, glaube ich. Kann sein. Oh je, die Arme hat noch gar keinen Hook gehabt. Ist natürlich belastend. Ich mach gleich den letzten an. Oh, das ist natürlich... Ja. Das tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, sie ist auch neuer noch. Mit der Nurse jedenfalls. Ob sie nötet? Ne. Ne, das hätten wir jetzt schon gesehen. Oh. David, nicht so laut. Ich weiß, du hast Schmerzen. Hm. Sie darf uns nicht hören. Ah, sie ist auch nicht gut im Blinken. Okay, sie geht zurück zu ihm. Okay, ich geh wieder ins Feld. Ich hätte ja BT, aber ich wär nur mit da. Oh. Das tut mir so leid. Ich fühl das so, ne? Weil ich die halt auch nicht spielen kann, so. Ja, ich glaube, das ist aber das Matchmaking auch. Ja. Wir haben gar keine Auswahl auf. Oder? Oder kann ich hier dünn so... Doch, hier ist einer. Fasst auf. Äh, kommst du jetzt überhaupt raus? Hm, ich bin bei dem anderen Ausgang. Der ist gleich auf. Ah, okay. Sollte klappen, denke ich. Ja, sie war noch bei unserem... Ausgang. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich es noch kurz versuche zu blenden, weil ich eine Challenge habe, aber ich hab's dann doch gelassen. Ich hab mich zu schlecht gefühlt. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was die für ein Rang war. Aber wahrscheinlich einfach neu mit der Nurse. Ja, denke ich auch. Pudding. Ego Pudding. Ego Pudding. Echt mal. Dover. Dover Killer. Wir wollen auch vom Pudding abkriegen. Weil Pudding ist toll. Das stimmt. Vor allem Vanillepudding. Hm, ich mag Schoko lieber. Hm, kommt auf den Pudding drauf an. Ich finde, Schoko ist immer so eine Sache. Es gibt geile Schokopuddings und es gibt nicht so geile Schokopuddings. Das stimmt, ja. Kommt immer stark drauf an irgendwie. Die Marke deiner Wahl, das ist schon wichtig, ja. Landliebe Schokopudding ist geil. Der ist richtig gut. Ich kann es gar nicht beurteilen, doch bisher hat mir jeder geschmeckt, der den Nico nach Hause gebracht hat. Echt? Ja. Also ich hab schon ein paar Schokopuddings gehabt, die ich nicht so toll fand. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist Danisane. So, dieses Schoko mit... Wir haben schon wieder einen Geist. Oh, ich bin obsessed. Und natürlich ist er schon wieder bei mir. Und er hat Ruin. Hm. Das heißt, er kann mich jetzt auch alle 30 Sekunden sehen. Ich ihn aber glaube ich nicht, weil er ja verhüllt ist. Ja, ich kann ihn nicht sehen, er kann mich sehen. Okay. Oh, was war nebengehauen, du Eierkopf? Das war aber knapp. Hm, jetzt liege ich aber. Ich bin zu langsam. Hm, ich glaube so, so beim Retten quasi bin ich mit der Flashlight auch nicht so gut. Das hat schon mal funktioniert, aber äußerst selten. Ich glaube, bei mir hat es noch nie funktioniert. Erst bei mir? Hm, ich werde schon abgehangen. So, einmal geblendet. Es tut mir schon mal leid. Ich denke mal, ich verstehe dann auch, wenn du mich campen und tunnen willst. Aber ich brauche das für die Challenge. Mr. Geist. Jetzt wäre ich dem Geist beinahe in die Arme gelaufen. Hat der gar keinen Terrorradius? Nee. Nachdem er sich enthüllt, hat er kurzzeitig trotzdem keinen Terrorradius. Er ist immer noch bei mir. Immer noch hinter mir her. Find ich irgendwie keinen Jen. What the fuck? Ich gehe mal zu dem zurück, wo ich am Anfang war. Er geht weg von mir. Kein Bock auf mich. Ja, wahrscheinlich zu dem Jen, der gerade fertig wurde. In der Scheck gesetzt. Oh, er ist in der Scheck, ja. Wo haben wir denn noch Jen? Da hinten ist noch eine. Ah, ich habe ein Totem gefunden. Das brennt. Oh, das müsste auch Ruin gelesen sein. Es leuchtet ich wie ein Glühwürmchen. Wir hatten ja gerade irgendwann eine Spirit. Und die hatte so, die hatte auch so eine Krone auf, so eine Geburtstagskrone. Hat man durch die Haare überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, ganz einfach, es leuchtet da drin. Bis ich gecheckt habe, dass es die Krone war. Er ist hinter mir. Wir sind zu dritt gerade an dem Jen. Der geht gleich an. Jetzt hat er mich. Was ist los mit dem? Der hat er mich doch schon längst. Okay. Ich bin oben auf dem Haus jetzt drauf. Er hätte mich jetzt zwei, dreimal haben können. Der hat vorbeigeschlagen. Leckig vielleicht? Ich weiß nicht. Das war schon gerade sehr komisch. So. Er ist kein Totem und nichts. Da ist eine Krone. Die nehme ich mal, auch wenn ich sie mit ihr nicht kriegen werde. Ist egal. Du leuchtest trotzdem wie ein Glühwürmchen. Stimmt. Vielleicht trifft er mich dann besser. Jetzt hat er erst mal jemand anderen gefunden. Ich hatte die Tür auch schon kaputt. Hallo. Jetzt kommt er, glaube ich, hier ruf. Ja. Ja. Ist er bei dir? Ja. Aua. Und hat nöt. Oh oh. Not good. Aua, aua. Ich glaube, ich habe ihn schon dreimal geblendet und vielleicht einmal betäubt. Das habe ich schon. Meine Challenge wird ein bisschen mehr. So, keiner macht Ausgänge. Wo ist er? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt schwören können, dass er in meine Richtung laufen kann. Ah, da. Macht immer noch. Wo sind denn die Ausgänge? Ich glaube, einer ist geradeaus auf der anderen Map-Seite, glaube ich. Und wieder. Ja, heilen brauchen wir eigentlich eh nicht. Also ich habe die S, aber... Ja, ist bei mir. Hm, ich versuche mal den einen Ausgang hier aufzumachen. Hä? Hier ist auch kein Ausgang? What the fuck? Wo sind denn die Ausgänge? Ah, da ist einer. Okay, die sind beide hier. Ja, und er ist hinter mir. Er hat wahrscheinlich nicht bis zum Ausgang kommen. Ähm, Haupthaus? Ja, aber er ist hinter mir. Haupthaus. Helfer! Mami! Oh oh. Ja. No! Das ist natürlich schlecht jetzt. Ja, er hat nicht. Geht raus, geh raus, geh raus. Geht raus, geh raus, geh raus. Alles gut. Er kann mich haben. Oh, die Megge liegt. Ne. Hallo. Ne, nicht. Ich habe es verdient. Ich habe es wirklich verdient. Ich habe es so oft geblendet und betäubt. Ich nehme es hin. Ich werde leuchtend untergehen. Ich werde leuchtend untergehen. Klingt gut, oder? Ist auch Rang 8, aber er hat jetzt auch irgendwie nur einen oder zwei oder so, ne? Irgendwie. Ja, zwei, drei, zwei. Killer sind heute nicht gut in Form irgendwie. Fünf. Fünf Haken. Echt? Doch so viele? Ja. Kam mir gar nicht so vor jetzt. Jetzt bin ich zu zehn von zwölf aufgestiegen. Achtmal habe ich ihn betäubt und geblendet. Ah ja, jetzt habe ich die Krone hier für sie. Aber bei ihr ist wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Oder wenn ich die Jill... Ne, ne, ne. War ja nur bei... Hä? Hä? Wie kann ich denn zu der normalen Jill jetzt wechseln? Denkt man das Outfit wechseln, oder? Hä? Ja, da bin ich gerade, aber... Ah. Warte so, ja. Ja, da geht das nicht. Finde ich irgendwie schade, dass das bei den Charakteren nicht geht. Also ich meine, ich finde die Krone eh hässlich, aber... So rein vom Prinzip her heiß. Ist das echt so, so, äh, wie nennt sich das, Urheberrechtsverletzend, wenn man denen eine Krone aufsetzt, oder wie? Sorry, nochmal. Meinte, ist das echt so Urheberrechtsverletzend, wenn man denen so eine goldene Krone aufsetzt? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob die... Also ich glaube, die kriegen es nicht, die Lizenzierten. Aber verstehen tue ich sie auch nicht. Ne, ne, ich hab sie bei Jill nicht, deswegen... Können wir eigentlich mal Charaktere hier durchspielen. Und ein paar Kronen abstauben. Sorry, ich schreib gerade noch mit dem Killer. Ja, mach mal. Und zwar habe ich geschrieben, I'm sorry, need it for a challenge. Halt wegen dem Flashlight, ne? Hm. Die blenden... Und da hat er geschrieben, macht nix. Habe ich geschrieben, okay, viel Spaß noch. Da hat er geschrieben, Spiel auf Sound, Blinds jucken mich nicht. Äh, ist heute nur Asi sechste Runde und wieder 21 Survivor mit 100 Ping. Habe ich auch geschrieben, ja, habe mich schon gefragt, warum du mich da nicht geschlagen hast. Und Rang ist mir eh egal, bla bla bla, mehr sage ich nicht, sind auch China. Hm, China-Server oder was? Sorry, ist so bei mir hängen geblieben, seitdem die von Steam gewechselt haben. Die Daddy-Server von DPD sind laggy. Good luck, next game. Hm, okay. Ja, Partyluftschlangen. Oh, ich bin die Einzige, die nichts reingeworfen hat. Ich fühle mich jetzt schlecht. Ach was. Ich habe mir vorhin schlecht gefühlt, wo ich einen Ego-Kuchen reingehauen habe und alle so einen Kuchen geworfen haben. Aber ich habe gesehen, ich bin nicht die Einzige, die das macht. Nee, der eine Killer hatte ja auch Pudding. Mhm. China hat am Schluss mit mir geteilt und dann endt Titus. Der Liebe. So. Wo bin ich hier? Keine Palette. Nicht schön, aber ein Tote. Ähm, Trickster. Ach du heilige Scheiße. Hat schon jemanden gefunden? Ja. Auf den habe ich ja Bock, ne? Ja, der ist schwierig, finde ich. Mhm, finde ich auch. Oh. Jetzt haben wir in Kiste Nummer 1. Ich sehe ein Krönchen. Ein Krönchen, gib mir. Tschüss. Nimm es. Mhm. War ein bisschen risky, weil es neben dem Killer war, aber... Klaus und dem noch das Krönchen. Jetzt ist er sauer. Ja, ich glaube auch. Ach du Scheiße. Der hat mich gesehen, oder? Ja. Ja, natürlich hat er mich gesehen. Okay, wo ist der... Oh, wir sind ja beide am Generatomandel. Geh' ich mal... Ah! Geh' ich mal los. Spazieren. Ach, jetzt läufst du auch los. Jetzt, wo ich loslaufe. Mrs. Mac. Er geht wieder zurück, glaube ich. Ne, doch nicht. Doch, doch. So. Beim Generator war er jetzt. Ja, Mac, du bist so schlau. Ah, ich weiß, danke. Ach so, du bist auch Mac. Ja, die andere Mac. Die hätte doch den Generator weitermachen können, wo sie gesehen hat, dass ich da... ...zum retten gehen will. Den mach ich jetzt fertig. Jetzt ist der Killer hinter mir. Glaube ich. Jopp. Ah, die Palette ist weg. Schön. Oh no. Da ist ein Messer neben mir eingeschlauert. Wieso... Wieso kann er mich hier noch treffen, bitte? Wie ungefähr ist das denn? Keine Ahnung. Ja. Das war jetzt mein Fehler. Wenn du gehockt hinter einem höheren Teil sitzt, kann er trotzdem noch drüber schießen und treffen. Das finde ich ja nicht ganz so gut. Aber was willst du mal? Verdammt, ich bin schon wieder One-Shot. Also entweder hat er den Keller übersehen oder will er mich nicht in den Keller bringen. Warum auch immer. Hm. Ich glaube, er geht in deine Richtung. Oder er geht oben ins Haus jetzt. Bin mir nicht sicher. Hm. Terror-Radius wird kleiner. Jetzt wieder größer. Aber die Mech ist echt geil auf die Saves, ne? Er nimmt aber auch keinen Hit. Blöde Kuh. Ja, und der ist gleich wieder hinter mir. Ja, das ist natürlich belastend. Ja. Ey, gerade wenn der Killer so spielt, dann wartet man doch echt einen Moment, ey. Das ist, ich weiß es, ich verstehe das irgendwie nicht. Weil abgefahren, für was habe ich denn meine Partyluftschlangen reingehauen. Für das? Ja, ja. Ja, und die Mech, die ist jetzt gejagt. Werden die kommt, mich gleich nochmal safen. Ja. Blöde Kuh. Oh, guck sie dich. Ja. Und er ist hinter mir. Ne, ist weg. Ja, er geht wieder zurück. Lass dich heilen. Ja, bitte. Er hätte wenigstens die Messer abnehmen können. Was ist in Box Nummer 2? Genau, jetzt wird die Mech abgefarmt. Ihhihihi, nice. Er hat zwar BT gehabt, aber... Ah, ist halt trotzdem schwierig. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir haben dann drei Generatoren auf der anderen Seite. Beim Haupthaus. Ah, das ist schlecht. Ja. Das können die natürlich auch nicht ganz fertig machen. Guck mal kurz nochmal hier, das Ding hier. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, er kommt da von uns, ja. Versteck dich lieber. Genau. Ich geh mal in seine Richtung. Vielleicht krieg ich hier auch noch ein Save. Oh, goddammit. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. versucht, sie zu retten. Geh ich mal zu dem zweiten Ausgang. Kann aber nicht. Nee, der Killer war da. Doch, hat sie doch noch. So, meine ist jetzt auf 99. Ich hab den anderen gerade erst angefasst. Oh no, he's dead. Oh, er hat Dings. Wenn er einen aufhebt, dass man dann one-hit ist. Wenn er zu mir kommt, dann mach ich den Ausgang auf und geh raus. Ah. Geh raus, er kommt zu dir. Ja. Bin draußen. Ja, wir auch. Sehr gut. Eieieieiei. Dass ich da noch entkomme, hätte ich nicht gedacht. So scheiße, wie es am Anfang für mich lief, desto besser läuft es jetzt. Oh, und ich hab sogar eine Palette umgestoßen. Yay. Kras. Okay. Liste. Die Meck ist immer noch mit ihm drin. Oh wow. Spielen wieder noch. Jetzt ist sie raus. Ja. Ja. Sie ist rausgefallen, quasi. Spiel mit deinem Essen und Spione des Schattens. Aha. Okay, ungewöhnlich. Yamaoka anwiesen. Es gibt so viele Maps, ne, aber ich hab irgendwie das Gefühl, ich spiel immer die gleichen. Ja, ich hab auch das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit ist... Also, ich hatte schon immer, dass du... Wir haben einen Freddy, glaube ich. Ja. Ja. dass du manchmal mehr am Tag gekriegt hast, dass du quasi dreimal Ready Map oder sowas gekriegt hast. Und am nächsten Tag war es dann die Michael Myers oder so. Aber in letzter Zeit? Ich weiß nicht. So richtig schön random ist es nicht. Oh. Ist die Frage, ob er Paletten oder Pfützen hat. Oh oh. Er hat mich gesehen. Ich glaube, er will farmen. Ach so? Ja. Er will farmen. Was? Ist ein Farmer. Okay. Vielleicht kann ich mit ihm meine... meine Paletten-Challenge weitermachen. Muss ihn zweimal blenden. Da muss er hinhalten. Komm mit Freddy! Ich brauche noch zwei Paletten! Oder ne, eine noch. Wo sind denn die Paletten hier? Da ist noch eine Palette. Dankeschön! Ist lieb von dir. Ja. Vielen Dank für die Paletten. Vielen Dank für die Paletten. Immer noch eine zur Sicherheit. Ja. Ist ja... Wie ist es? Ja. 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 Blende ihn! Er will das! Jetzt habe ich beides. Ach so, er hat dann doch diese Schlampfützen da, hm? Mhm. Ja, ja, er hat Pfützen. Ich brauche ein Krönchen! Ich brauche ein Krönchen! Ich brauche ein Krönchen! Ich brauche ein Krönchen, ein Krönchen! Ich brauche ein Krönchen. Der Bill guckt schon mit seinem Schlüssel da. Nimm mich. Danke. Wir waren beide nur zweimal. Lass uns gehen. Können wir noch gucken. Vielleicht finde ich auch noch ein Krönchen. Sei lieb jetzt, Freddy. Mach keinen Scheiß. Ja, willst du auch noch ein paar Punkte mit deinem Schlüsselchen? Die hat, glaube ich, die Luke gefunden. Ja, die ist direkt hier vor der Shack. Ich glaube, die versteht das nicht, weil sie nicht weiß, dass er Farmen tut. Ja, glaube ich auch. Die Crowder! Wo ist denn die? Rune habe ich schon. Nee, nee, nee. Die, die, die das nicht versteht, dass er Farmen. Achso, die wird jetzt gerade gejagt. Ah, okay. Wir sitzen im mittleren Gebäude, glaube ich. Ich bin hier in einem Ausgang. Was, ich habe Heilen schon auf Max? Wie geht das denn? Ich habe doch noch gar nicht so oft geheilt. Hä? Kriegst du es nicht auch, wenn du vom Haken holst? Hm. Ja, das kann sein. Hier ist noch ein Krönchen. Du hast einen schon, ne? Mhm. Ich habe meinen schon. Zwei Mal kann man sie eh nicht nehmen. Oh, sie ist im Keller. Ich hole sie schon. Sie wird zum Farmen gezwungen jetzt. Sie will unbedingt ihre Krone. Ich will unbedingt ihre Krone. Ich will unbedingt ihre Krone. Hä, wo waren denn die Exits? Ach, da. Ich habe mir immer so die Befürchtung, dass irgendwann doch nochmal die Schelle kommt. Es ist so, keine Ahnung. Irgendwie. Ich habe mich super eure Krone. mehr hundertprozentig sie hier in der kiste dran die nehmen wir mit kalt ist man noch das da hier das da ich glaube danach mache ich noch eine runde und dann will ich mal was essen gehen ja klingt nach einem plan ich hab echt hunger ja glaube ich hatte ich gerade auch ich hab mir gerade auch die nudeln von gestern warmgemacht gestern haben die scheiße geschmeckt aber irgendwie hatte ich jetzt gerade so hunger drauf echt wenn ich frisch nudeln mache dann sind sie immer geil also und dann wenn ich aufwärme so normalerweise ist es bei mir auch immer so aber irgendwie keine ahnung diesmal war es weiß ich nicht vielleicht weil ich gestern vielleicht einfach nicht genug hunger hatte und heute schon stimmt ja wenn man hunger hat dann schmeckt alles besser aber ich habe endlich diese paletten challenge fertig oh nein ich bin wieder rang 4 musste schlechter kam das gar nicht sehen das ist ein konsolero achso egal schade ich habe da was gehört ja das war echt eine fliege die mir aufs mikro geflogen ist ich dachte schon ich dachte gerade was ist das die sind aber auch manchmal frech die biester ne alter schwede ich hasse es wenn an die herumfliegt immer auf dem bildschirm entweder auf mich oder auf dem bildschirm bei mir fliegen die ganz oft auf die hände warum auch immer das kitzelt dann immer so und man weiß nicht wo das vorher waren noch mal larrys als abschluss hier ja das stimmt das ist immer so die frage ne und ne der komische ist es komische ja der der gegen wände rennt ah die feule wie die heißen genau und er wusste genau wo ich bin der kann sehr stark sein ja ich hatte letztens ein alter schwede geh weg du eierkopf jetzt geht er weg ja jetzt schlag ok also er hat auf jeden fall irgendeinen perk dabei was am anfang der runde die obsession preis gibt quasi also es gibt es gibt einen perk wo alle survivor gezeigt werden am anfang ok aber ich meine es gibt auch eins wo nur obsession also wo nur die aura der obsession quasi gezeigt wird äh rancor vielleicht kann sein ja ja da hast du dann wenn du am schluss noch die obsession bist hast du pech hm so ein scheiß hm kannst du nur hoffen wenn aber die obsession wechselt oder? ja wenn jemand ihn betäubt bei rancor ah ok ich glaube wenn jemand ihn betäubt ich weiß nicht ob das ohne perk auch ist aber es gibt so ein perk wo es wechselt wenn man ihn betäubt oder blendet ok so jetzt hätte ich gerne eine kiste weil ichs kann aber war keine hallo hallo die feule haben sehr oft auch das ist Gwen hm er ist äh linsensiert ja hm wenn du das meintest ja ja äh öfters haben die Tinkerer oder sowas dabei ok was macht das nochmal? wenn du einen Generator auf 70% hast dann haben sie keinen Herzschlag ah hier ist kein Totem gut hier ist ne Kiste meins das ist meine Kiste hm hm hier ist ein Totem ich brauch ne Krone schalalala hm jetzt ist sie wieder erschienen ne? ich weiß nicht ob das ist der Ton wenn sie erscheint ja oder wenn sie die Position wechselt naja ok das kann auch sein aber in dem Falle ist es ja beides das ist natürlich schwierig die zu finden ey gut ich hatte sie vorhin gesehen die Clodette hat sie sich geschnappt ah ok Killer ist bei mir irgendwie in der Nähe und wieder weg ok na wo ist er es wird lauter da ist er ja hier hab ich nen Generator gehört ja heil dich halt selber dumme Kuh das finde ich ist auch Toxic Gameplay oder? ohne Scheiß ja obwohl vielleicht wenn sie die Challenge hat die die dummen Kisten da aufzubrauchen achso ja die Mad Kids jetzt leuchte ich wieder wie ein Glühwürmchen ich habe vorhin gar nicht geguckt mit wem bin ich dann klächem lizenzierten bin ich vorhin raus äh Lori oder? hab ich da ein Krönchen gehabt? weiß ich gar nicht wir hatten mal Lori war die Westernити Da bist du nicht rausgekommen. Nee. Da hat der Geist mit mir... ... die Ewigkeit verbracht. Okay. Hm. Er ist ziemlich noch beim Haken herum. Ja, weil er jemanden jagt, der geradewegs zum Haken läuft. Ja, das bin ich jetzt aber. Ich bin jetzt erst grad hergelaufen. Nee, 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 nee. Die, die, äh, wie heißt die nochmal hier? Die Asiatin war das. Yunyi... Ah, okay. Weiß der Geier was. Das erklärt einiges. Gut. Er lässt ab von mir wieder. Warum auch immer? Hm. Ich dachte gerade, der kommt zum Haken zurück, aber... Ach, Möhnchen nehme ich mal mit. Auch wenn ich lizenziert bin. Ich bin auch wichtig, auch wenn ich ein Quentin bin. Ja, kannst du ruhig. Es haben ja alle. Also es leuchten schon alle wie Glühwimmchen. Wo kommt der jetzt her? Oh, ich glaub, das ist gar nicht die Krone vom letzten Geburtstag, sondern vom vorletzten oder so. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich meine, die vom letzten sieht, äh, das ist zwar auch nur so ein Ring, aber ich meine nicht, dass der so... äh, so, so feurig aussieht. Gab's dann noch mehr? Ich dachte, es gibt nur zwei. Oh, das weiß ich grad nicht. Ich hab die irgendwie goldiger in, in, äh, in Erinnerung, nicht so orange. Dankeschön. 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 Was kommt der jetzt? Oh, uff. Ehh. Ehh. Hh-h-h. Nee. Noo. Oh no, ich bin in die Falle gerannt. Oh no, ich bin in der Falle. Scheiße, er hat das Fenster blockiert. Hat er verblüssen. Ja, er hat auf jeden Fall irgendwas, was... Wenn er drüber steigt, glaube ich, ist das Fenster blockiert. Oder wenn... Als ich drüber gesprungen... Ach so, ja, es gibt ja beides. Es gibt beides. Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, ob das blockiert wurde, als ich drüber gesprungen wurde. Äh, dass ich mal gesprungen wurde. Was ist denn heute mit meinem Deutsch los? Ach, wenn er rüberspringt. Also verblüssen. Ja. Tut mir leid, ich habe es versucht. Alles gut. Ich hing er noch nicht. Ich auch nicht, aber... Ja, aber trotzdem. Macht ja nichts. Ich wollte gerade aufhören, um kurz zu warten, bis er mich gehauen hat, aber... Es hat dann nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Oh, voll das Gameplay mit Köpfchen hier. Tut mir leid. Ich bin dumm. Aber er ist immer noch hier. Ja. Das war mein Ernst. Viele denken über sowas nicht nach. Die machen einfach irgendwas. Was? Es hat doch jetzt jeder eine Krone. Ja, ja, aber ich denke, für den Killer, weißt du? Spawn für den Scheinchen. Ah, ja, okay. Ja, okay. Das kommt gut. Was ist hinter mir? Oh, ich bring ihn gerade, wie ich blöd bin, zum Generator zurück. Jetzt wieder... ...eventuell wieder hinter mir. Ich suche gerade... Ah, ich hab'n Jen. Ah, Claudi und ich sitzen am letzten Jen. Oh. Ist ja gar keine Palette. Äh, komm, da kommt Zeug. Äh, hier ist auch nur ein Generator. Die dritte sitzt aber auch an einem Generator. Die dritte ist, Oh, er hat mich gesehen, oder? Ja, hat er. That's not good. Er ist in der Mitte. Flitzt in Richtung einen außen. Oh, hat er mich doch nicht gesehen? Oder will nur ablenken. Weil er ist schon noch hier. Er ist hier von mir. Jetzt hat er mich gesehen. Also wenn du auf mich guckst und genau in die Richtung gehst, da öffnen sie gerade einen Ausgang. Ich habe keinen BT. Sie auch nicht. Ja, er nimmt mich aber. Ja, sie, also die Ying-Yung-Blah irgendwas hat auch keinen BT. Ich auch nicht. Vielleicht die Claudette, wenn sie mich geheilt hat. Ui, 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 ui. Wir müssen rauskommen. Wir brauchen doch die Krone. Ich bin lizenzierter. Okay, die Claudette ist, glaube ich, jetzt raus. Das ist der Ausgang, der noch nicht geöffnet wurde. Aber wir können trotzdem. Kannst du mich ganz kurz? Da kann ich einen Hit für dich nehmen. Ich glaube, er hat eine Scorling. Der kann. Obwohl, ne, vielleicht ist er nur zum Ausgang. Ja. Ja, er geht neben uns zum Ausgang. Der andere Ausgang ist auf. So quasi in die Richtung. Ja. Weil Nöte hat er ja nicht. Ich beschütze euch, Ladies. Da ist er wieder. Alle drei haben das nicht gesehen. Das ist natürlich belastend. Das sah gerade gut aus. Er war gerade auf was anderes konzentriert. Ja, ich glaube auch. Das sah aber gut aus. Ja, jetzt die tatsächlich so die Kronen noch eingesammelt in die letzten Runden. So heiß, wie es am Anfang lief, ne? Deswegen. Nie verzagen und immer. Nur nicht ärgern lassen. Das stimmt. Easy nap. Ja gut, sie war für ihn natürlich nicht so toll. Das stimmt schon.